Wurde auch Zeit So Jetzt haben wir 24 für 37 Missionen Moment Ähm, ähm, äh, IA Erstmal Bargeld wiederholen 260.000 Dollar kann man gebrauchen So Aufträge Also uns fehlt noch ein Ziel WWGM Trifft dich mit Johnny auf dem Schiff SR3 zusammenfasst Moment, Moment Erstmal dieses WWGM machen Ich glaube, das können wir dann direkt wieder abgeben Ja Juhu, Aua Oh, Watch Dogs kommt bald Was sagst du so? Oh, am 17. Mai Sagt Ubisoft Echt? Ja Ja Also nix Juni Nein Okay, dann freue ich mich Jetzt hast du ein paar neue Toys, wie sollst du den Zinn zeigen, was die Saints wirklich tun können? Hä? Ich flirte mal mit ihm Ich flirte mal mit ihm Waffe, Singularität, Kanone Ich flirte auch mal mit ihm Hey Boss Es ist geil, wenn du dich jemand direkt vor mir stellt, wenn ich mit ihm rede Ja, du stehst bei mir aber auch davor Wie geil ist das denn? Man, du guckst auch immer so Ich hab so voll genervt Lass mich im Ruhe Kein Sex Kein Sex Ich will keine Po-Magie Und du weißt, wie viel ich dich brauche Also am besten fand ich jetzt der Flirt mit Bisher mit der Flirt mit, ähm Mit der einen, mit der Mit, äh, Asha Oder mit, äh, Shandy Ne, mit, mit Asha Okay Und mit dem, äh, mit dieser Kugel, mit Sid Ja, schön, das war Das waren so die beiden besten Fand ich bis jetzt So, trifft dich mit Johnny auf dem Tisch Ja, auf dem Tisch, ja Genau das Mach schon Nee, aber mit der Ich will nur ein bisschen Nein Eschen Mehr Mund Mehr Mund Voll Mehr Mund Mehr Mund Mehr Mund Mehr Mund Mehr Mund Mau Mann Töte, töte, zerstöre Töte Alles klar Mein Freund Boah, wir machen die Mission aber auch immer recht schnell, ne? Wir sind Super Verb aufladen Singularitätskanone Aha Supi So, jetzt gibt's noch die Mach, mach mit Get einen drauf Ja Sollen wir das jetzt machen? Ja, nicht Ist das egal Ja, mach mal Mach mit Get einen drauf Jetzt dürfen wir nämlich schon ein bisschen prügeln Ohne Waffen Wo weißt du das? Äh, das hab ich schon gelesen Achso So ist das also Ja Und so Wo Muschelmorte hin Da unten Ah, das ist cool, dass Watchlogs kommt im Mai, Ende Also wenn ich, ich glaube Mai, es war Mai Ich brauche mehr Klicks, damit die Abonnenten das bezahlen Das ist cool, ich habe immer irgendwas von Juni gelesen Moment, ich gucke eben nach Moment Moment Ich werde meine Star Wars in die Stadt 27. Mai 2014 Cool Das ist direkt von Ubisoft die Meldung? Ja Okay, das ist nice Das finde ich cool Ich nehme mich auch, deshalb Hm, muss ich mal gucken Wie spiel das dann auch? Aber das ist ja eh vorgestellt, oder? Äh, ja Die, die, die Des Des Des, äh Descent Revision, oder wie die heißt Ja, wobei, das ist wegen Schlatte, was da Drin ist Hauptsache das Spiel ist da drin, ey Die habe ich jetzt seit letztem Jahr April, glaube ich, vorbestellt Ich will die jetzt haben Na ja, klar Also Zack Jojo Seitdem liegt ja das Geld bei mir rum Okay Ja 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 Genki Ja 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 Geil Das gefällt mir Alles klar Das gefällt mir Das gefällt mir Drei war das das Beste Genki Ball What the fuck is a Genki Ball The rules are simple Kill everything in front of you And don't die Say no more Let's do this Just wait until the mask God's get a load of my new powers It hardly seems fair for you to have super powers when Johnny doesn't Super powers Ich hab ein riesen Ich hab ein riesen Bildo Ich hab ein riesen Bildo Ach die Liga Doch Aber trotzdem ist das ein bisschen nervig Prozent Elbi in Staten erfolgt abseits sieben der B wo ich eigentlich in der Anruhe Perspektive Aurelte in der Nähe Dr. Köln und scheiß offen und die Flasche was sind die Vorstellung und die in den anderen Schleifenden und die Verlangen Flasche es gibt Minuspunkte da war eine Flasche und Affe Woha! Flaschen und Affen darf ich ja wohl töten. Nein, ich meinte diesen Panda, der dabei ist. Flaschen und Affen darf ich ja wohl töten. Nein. Mann, wo? Dass man da durchspringt? Ich weiß es nicht. Ui, ne, es bringt irgendwie nichts. Stirb, du Affe! Ertiko! Oh, du weißt, 1950-Sitcom. Oh, fuck! Das ist, glaub ich, das, was ich am größten, ähm, am meisten, hier in Central und, äh, FIFA-Mitte. Genki-Bowl. Das macht einfach so'n Spaß, warte mal. Das ist Affen-König. Ein Sticker-Koch-Muss-Sterben! Ich find's trotzdem noch schade, dass diese ganzen, äh, Redepassagen immer noch so in die Mission reingepackt werden. Ah. Ist das... Ein Mann mit Musik, äh. Woher ist ein Becken-Town? Ja, das war großartig. Warte, noch mehr zu diesem? Was ist das? Du hörst das, Mann? Spielprogressor zu der zweiten Runde! Matt, schnapp meine Macht zurück nach Onn. Alles gut. Mit Harty sieht es fair. Matt, das ist nicht lustig. Was zur Hölle machst du? Oh, gee! Ich weiß nicht, was passiert. Hehehehe. Du weißt gut. Äh... Wir sind Toiletten. Matt? Du wirst ernsthaft arbeiten meine Nerven. Ähm, ich seh nix. Wir sind Toiletten, die Waffen benutzen können. Na klar doch. Boah. Wir sollten jetzt gut sein. Jetzt haben wir... wieder unsere Super-Power. Okay, also nicht ins Wasser rein. Schaade. Okay, das heißt... Gucken, dass wir immer einen durch den Ring besuchen. Wie soll ich einen durchwerfen? Wie warst du denn die Superkräfte? Ich hab' da noch mal einen. Ich hab' da noch einen. Ach, da hinten ist ein Ring. Hm? Guck mal mit. Guck mal mit hier. Guck mal mit hier. Guck mal mit. Nimm mal bitte nicht das, äh... Tele... Telepathiedingen. Weil das macht mir auch Schaden. Das ist dein Problem. Ehrlich? Du bist du aber gemein. Kinsey ist ziemlich smart. Jaaa. Kraft, so kenn' ich dich ja gar nicht. Jaaa. Ich mein' ich kenn' dich sowieso kaum, aber... Mexiko! Nein, Ethical. Nein, Mexiko. Mexiko macht hier viel mehr Sinn. Mexiko! Warum tut der Roboter? Weil Roboter cool sind. Und der Roboter macht mich grad Kappel. Jetzt schieß doch mal, du alte Kappratze, ey. Meine Güte meine Güte meine Güte, ey. Da kriegst du ja echt. Bei mich. Spiel die Matrix Musik, sag ich ja. Ich hab gedacht, er ist Keith David, du weißt? Er kann alles spielen, außer der B-B. Ja, sicher, aber... Tod, tot, 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 tot. Ich weiß, ich weiß, aber nicht über das zu Keith. Du bist so... Warum stirbt denn der nicht? Warum... Was steht hier? Einer... Was... Was ist da wohl? Ich lass ihn einfach in Ruhe. Der bewegt dich doch nicht. Doch, der hat sich grad bei mir die ganze Zeit bewegt. Aber ich bin nicht tot, das ist das Problem. Ey, das ist halb, komm einfach her, sonst... müssen wir das nochmal machen. Ich kann nicht einfach her, komm auf mich wird geschossen. Oha. 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 Oha, bevor wir gehen. Yo Matt. Huck me up with some superpowers. Really? But don't turn me into a fucking toilet. Yo, whenever you're ready. Comey, homey, huh? How are you holding off, huh? Fine. Just fine. And I get tired. So you don't need a break? Sure you're gonna make it through this without taking a mortal wound? No guarantee. Tresst ich's? Nix. Oh nein! Das war aber nicht nett. Äh. Hey, he came close that one time. Yo dude. Grape Saints flow dumped on your fur is not a hereditary trait. But, what if it was? Look at this! The Genki Girls have entered the arena! I can't wait to see the carnage! Uh, die sexy Genki Girls! Warum hab ich dann eben gelaufen? Was kommt denn nicht hin? Oh, da ist ein sexy Genki Girls! Ein Haarboy! Ein Haar! Oh mein Gott! Ein Boyboy! Was ist das? Ich weiß nicht. Pierce ist gut. Pierce hat so viel Saints flow trank. Ich glaube nicht, dass er nichts fühlt. Oh nein! Ticker! Moment, wo ist sie auch da? Boah! Boah! Flieg! Aua! Haha! Flieg! Äh! Ich habe doch gesagt, flieg! Flieg! Ja, ich will aber nicht! Ohne Sieg! Einfach nur flieg! So, geht doch! Arschkeks! Boah! Und da geht's! Und da geht's! Ah, geh einfach hier lang. Und wenn ich bin jetzt so immun gegen Feuer. Du bist immun gegen Feuer? Gegen Feuer? Feuer in der Haule! Hahaha! Du bist deine scheiß Flasche! Danke! Die Musik ist geil! Hey der Belgier! Hallo Schmitti! Oh! Hat der! Moment! Alter! Ich habe gesagt, Moment! Wir müssen doch gleich ja machen! Nicht du! Ich meine, wir sind super Powercraftel! Bobby! This is the type of conflict you live for! Ich bin doch nicht in Ordnung! Oh mein Gott! Der macht Schaden! Haben wir nicht eigentlich so eine Kraft, wo wir mit Kuh alles in Feuer machen können? Ja, du musst das nur auswählen, dann... Er ist doch normal Feuer, oder? Eis ist bei mir normal! Nein, aber das ist auch auf F1! Ja! Wir haben halt F1! Naja, bis wir am Feuer haben! Das geht aber nicht! Ich kann nur Feuer schmeißen! Ach, das meinst du! Äh, nein, das war F4! Achso! Mit Daffel! Ja genau! Oh cool, wir haben das auch einen Blitz! Alles, was dieses Sport macht, ist eine sweet Science! Wrong Sport, Zack! Aber ich weiß, was du meinst! Das wird ein bisschen weirr für jemand anderen, als nur ich! Ah, jetzt, 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 jetzt! Matt, geh mal ein Stück weg! Ja, Digga! Dann gab's Zeit, Spaßzeit! Juhu! 2.000 lumpige Dollasse! Level 51! Den hätten wir jetzt aber epischer machen können! Ja! Ach, 50 ist das Maximal-Level? Ach echt? Ja, ich steig zumindest nicht weiter auf! Dann fehlen mir immer noch 2 Level! Das finde ich nicht in Ordnung! Ja, beschwer dich doch bei Volition! Oder bei THQ, ach nee! Abhängen! Wie ich abbreite! Ja, wahrscheinlich deswegen! Haha! Mach das Maximalle, wenn du 50! Ja! Äh! Achso, du hast mich eingefreundet! Ich finde das sehr nett von dir! Bei Zwei! Tod von oben! Okay, jetzt muss ich mal kurz hier, ne, auf dem Map! Aber ich hab gar keinen Erfolg bekommen! Nicht! Hast du den bekommen? Ja! I hope I! Ja, aber ich hasse das Spieler eh! Naja! Gut, wahrscheinlich... Ach, weil du einen nicht abschließen kannst! Weil irgendwie... Nein! Aber die für Johnny Gett? Ne, das war jetzt mit allen abhängen oder so! Ich glaube, wenn man alle erledigt hat! Ich glaube, für Johnny Gett gibt's nicht extra eine! Das ist voll der Rassismus! Zeit mal! Ich guck nochmal! Wo ist denn der Turm? Da! Ja, aber das ist ja total gay dann! Ja, das ist scheiße! Weil... Dann gehen mir jetzt mehrere Stunden Spielzeit einfach flöten für den Erfolg! Und ich muss den privat nochmal machen dann, oder wie? Ja, kannst du das nicht... Du kannst doch privat zurücksetzen einfach diese eine Mission, oder nicht? Ja, müsste, ne? Weil dann wär's ja noch in Ordnung, wenn du nur das eine machen müsstest, sag ich mal! Ja, weil... Nochmal alles hab ich... Naja, gut, vielleicht irgendwann machst du das vielleicht! Aber... Nochmal alles ist gay! Ja... Da hab ich... Ja, ne, der Turm ist blau! Ja... Ja, aber das ist ja total unnötig, dass es bei dir übernommen wurde! Oder weil du den gemacht hast! Aber das gibt ja auch keinen Sinn! Ich hab keine Ahnung! Aber was weißt du eigentlich? Ich... Nix! Weißt du, bei Nether wusstest du schon nichts? Mehr als du, ey! Wo wir nach drei Jahren endlich mal die Key bekommen haben! Ja, aber echt mal! Aber ey, du glaubst gar nicht, wie überraschlich war, als ich das gesehen hab! Die Nachricht von ihm! Hm... Wie? Als du mir das geschrieben hast, sag ich... Mh... Okay... Pss... Interessant! Jaja... Es war so... Oh... Endlich haben wir die Key... Ey! Ich meine, ist ja nett, dass sie dann noch dran gedacht haben, ne? Das hat mich total gewundert, dass ich dann noch so in dem... Äh... Scheinbar in dem Partei da drin bin! Ja... Gut, machen wir auch Mission? Ja.... Haben wir nix anderes sonst! Ja ... Ich muss in die andere Richtung! Juu!! Didididididid? Und mit meinem 3 bei Upgrade-Geschlepste. Uns fehlt immer noch irgendwas, ne Herausforderung, um die maximale Geschwindigkeitsstelle zu erreichen bei Sprinten. Echt? Hm. Davon weiß ich nix. Oh. Das war nicht meine Absicht. Was ist das denn? Sprinten. Meinst Eile? Nee, jaja, genau. Hm. Das ist aber komisch. Hä? Okay, was ist jetzt hier passiert? Aha. Nix! Ja, bei mir war das Zeichen auf immer weg, dass hier eine Mission ist. Geil. Das ist geil, das hab ich gerade auch schon gesehen. Das find ich cool. Je höher du bist, desto höher du bist, desto größer du bei deinem Landpunkt. Juhu! Nur was mit dem Treffen hab ich halt nicht so. Ja gut, man kann halt... Man muss ein bisschen weiter hinten sein dafür, ne? Und das ist zwar nicht schlecht. Aber ich find cool, dass man auch in der Luft stehen bleibt dann. Aber ich find cool, dass man auch in der Luft stehen bleibt dann. Ne, das war alle kaputt. Ja, aber da war doch noch so ein fetter. Nein, da war nix mehr. Der kam doch. Der kam gerade. Bei mir kam da nix. Der ist hinter mir einfach gespawrt. Echt? Ja. Der ist vielleicht ein Stalker, der hatte ich gern. Mensch, mein Stalker-Fie. So. Ja, Kinsey Schachzug. Triff dich mit der Crew, um den hier auszuschalten. Mit der Crew? Kann sein, dass das hier sogar schon war. Ne, ne. Ne, ne. Also das sind schon so die letzten Missionen, ja, aber... Ein bisschen kommt dann noch. Okay. Das letzte, was kommt, ist, besiege den Hai oder so. Das ist die letzte Mission. Ja, ja, gut, klar. Weil, ist ja der Erfolg. Aber es geht immer schneller Richtung Ende. Ja, dadurch, dass wir jetzt auch keine Nebenswür mehr haben. Ja. Das bedeutet, wir werden jetzt noch ein paar Datensammlungen sammeln. 35.000 Folgen. Alle. Denn wir müssen ja auch noch alles freischalten. Genau, genau. 100% Run und so, ne? Naja, kann es ja schon mal gar nicht werden. Ja, dank mir. Ja, gut, für dich schon, ne? Naja, gut, dann müssten ja die DLCs auch noch spielen. Ja, gut, eins hab ich. Nein, ich hab sogar ein paar mehr, aber einen Story DLC mit Geschichte. Du hast doch zwei, oder? Kann auch sein. Ist das nicht Dominatrix und, äh... Ja, doch. Ja, und das mit dem, äh... How the Saints save Christmas. Genau. Ich hab mir das halt doch nicht geholt. Mal dieses Umentscheiden. Ja, war mir denn irgendwie für 10 Euro zu teuer, ey. Ja, gut, 10 Euro für den DLCs natürlich. Gibt auch für 5, aber das geht nur über Paypal und, äh, Paypal ist scheiße. Wer ist das? Er ist, äh... Er ist, äh... The Glads. Ach, jetzt haben die alle ihre... Ach so! Oh! Die Supercrew. Oh. Fuck. Jawohl. Jetzt geht's los. Ach, das war der Dicke in der, äh... Bang King oder so. Ach so! Okay. What the fuck hier, ey. Alter, was geht denn jetzt ab? Jetzt ist ja totaler Krieg, ja. Alter, was ist das denn hier? Watch out! They're using some sort of suppression grenade. What the fuck? They're probably trying to counteract your powers. I don't need powers to kill these bastards. Was the fuck? They're on your sanctum. I don't know. Who cares? Let's just kill them. Ach! Aber irgendwie ist das ganz schön blöd, oder? Hä? Okay, ich steh's ja selber einen Weg. Die stehen ja vor allem auch nur blöd rum. Die machen gar nichts. Warum hab ich eigentlich keine Superkräfte? Was soll das? Wurde doch gerade gesagt. Ich's mir scheißegal. Warum hab ich keine Superkräfte? Sag mal, legt der? Ah! Nö, bei mir legt's nicht. Ich bin aber rausgeflogen. Ohhhh! Geil. Echt geil. Es fängt... Es geht da wieder gut weiter. Vor allem ist es immer bei irgendeiner Hauptmission. Immer. Achso, ich muss ja jetzt erstmal hier die Links verlassen, ne? Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Der Nico wieder, ey. Das ist hier so ein Ding, ne? Mann, 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 Mann. Ja, sorry. Bei mir liegen sie zumindest alle noch tot auf dem Boden. Ist da auch schon mal was. Ja, maßentot ist doch auch mal nicht schlecht, ne? Du Genozid-Boy, du. So, nochmal. Achso, du kannst ja einfach annehmen. Mach ich einfach den Getränkeautomaten hier kaputt. Oh, egal. Oh, toll. Der ist schon ein Getränkeautomat, weißt du was? Er hat's verdient. Es gibt eine schöne Sache in diesem Spiel. Er hat's verdient. Ich wunderte mich, weil ich 80.000 Schüsse auf den gefeuert hab. Ich will euch überspringen, bitte. Ja. So. Danke. Aber das mit den Superbegleitern finde ich eigentlich nicht ganz cool. Ja, ist ja... Wär jetzt auch ein bisschen blöd, wenn man die jetzt nicht hätte. Ich mein... Ja, nein, es war ja schon klar, dass die jetzt kommen, aber... Ach, aber die haben ja sein Scheiß, egal. Aber hätte es sein können, dass die vielleicht immer so einzeln kommen oder so. Ich bin mal gespannt, wie das im letzten Kampf wird. Ich weiß nicht. Ob die denn dabei sind. Ja, nein. Ich weiß nicht, ob man die besuchen muss oder so. Die Superkripte haben wir dann ja logischerweise nicht. Hm. Hey, wir müssen gehen. Es sind zu viele von ihnen. Es ist kein Herz, der nahe ist, der nahe ist. Wir können es nutzen, um alle zu säumen. Alles klar, ja. Wir können ja auch gar nicht mehr springen. Was? Waren uns zufällig Raketen am Start oder so? Wenn wir nichts tun, wir brauchen ein paar Spiegelraum. Lass uns die Tanks ausziehen. Ähm. Ja, nö, ist klar, Junge. Sowas in der Art. Ja, dann benutzt du sowas wie in der Art. Der Alien-Panzer-Pfrau. Aber er hat die Nutzung im Aufladen. Dann hau die Panzers kaputt. Na ja. So, jetzt geht's wieder. Hilfe! Ich war nie getroffen. Oh, nein! Hast du daneben geschossen? Ja, weil er ist dann in die Luft gegangen. Okay. Moment, nein, nein, nein. Ich bin in dem einen. Ich bin in dem einen. Ich bin in dem einen. Ah, cool. Warte, 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 warte. Ich kann auch einen einstellen. Hehehehehehe. Ich bin in dem anderen drin, der dich gerade besteigt. Äh, bei mir ist das nicht. Das ist oben links drin. Schorling? Ja. So cool. Nee, hippie Schorling. Oh, gern ist bei mir gesunden. Los, Schorling! Was soll wir denn machen? Wir sollen den hier Deckung geben. What? Einfach alles zerstören. Ja, was haben die? Wollen die sich jetzt alle im Fahrzeug? Ich weiß nicht, ich bin immer an. Wir stehen da rum. Oh, was da rum? Wir haben uns in den Raum. Wir haben uns in den Raum. Wir haben uns in den Raum. Oh, ich will nicht aussteigen. Oh, jetzt müssen wir da auch noch hochlaufen, ey. Scheisspiel. Aber diese verwaschenden Texturen, manchmal gefallen mir irgendwie so gar nicht. Die sind im Spiel, ja, das haben die extra gemacht. Ja, ja, ist mir klar, aber das... Das gibt dem Spiel irgendwie so ein... Naja, so ein warum. Das ist für die Simulation, finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, nein, nein, aber das ist... Ich hab das aber auch schon gesehen, als wir da in diesem... Schiff von Siniek waren. Hm, okay. Da finde ich das dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so dolle. Okay. Ja, warte mal, ich hätte doch... Zeit, dass wir hier mal aufräumen. Ja, meine Dings hat sich noch nicht aufgeladen. Das ist ja genau das Richtige jetzt, weißt du, mit der Waffe, ey. Nimm den Hubschrauber, okay. Bin ich am fliegen? Wahrscheinlich, ich bin noch nicht drinnen. Ja, ich bin am fliegen. Ich muss ja erst ganz gechillt außen rumlaufen. Okay. Also ich kann nicht schießen, ne? Das müsst ihr machen. Ja, ja, kein Problem. Dann hätten wir das vorher gewusst hätten wir die unten zerstört. Tü-tü-tü-tü-tü. Hast du keine Raketen? Äh, doch. Tü-tü-tü-tü-tü. Yo, Piers und Ben sind in diesem Auto. Lass uns ihn aufhören. Ich bin auf. Weil ich kann. Warum soll ich ihm Deckung geben, nö? Kein Bock. Ich weiß nicht, wo gut ich fliegen kann. Solange du nicht abstürzt, ist das schon mal nicht schlecht. Ja, das ist zum Beispiel jetzt noch weiter runter, dann ist schlecht. So, wir sollen jetzt Deckung geben. Kinsey, find doch mal los hier kleinen Kackpratzen. Okay, ähm, hold on, I'm scanning. Scan fast. UFO! Ja, aber da sind auch überall Bodengruppen und so. Warte, wo ist'n wir? Da. Yo, die ZIN haben ein paar Hightech-Shit. Was ist dein Arsenal wie? Oh, die ZIN haben alle verschiedene coolen Sachen. Ich wünsche mir, dass ich in ihre Armour und sie sehen, was sie haben. Sie können auch helfen, die Motorbocken. Oh, du Bocks. Ja, das wackelt hier alles so ein bisschen. Da kann ich, äh, manchmal nicht so... Oh, äh, da ist was in den Weg geflogen. Ich dachte, ich mach' mal ein bisschen einfachhaftig einfach rein. Aber wir haben's überlegt, passt. Ich warte mal hier. Guck dich mal. Mächtig, der Wadabum. 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 Alter, immer bei jeder Explosion wackelt das Bild. Müsste ja bei dir auch so sein, ne? Ja, ja. Ja gut, aber ich muss ja eh nur fliegen. Deswegen, ich find's gut, dass ich nur fliegen muss, nur die Weg nicht zielen. Soll ich ein bisschen weiter runter gehen? Ne, ne, passt schon. Oder höher, oder je nachdem. Was ist das denn? Wenn der immer größer, die Teile. Wow, wir werden beschossen. Achtung, Raketenwerfer von... Irgendwo. Oh Gott, unser Helikopter ist vielleicht am Arsch. Ah, da hinten. Ich kann den aber nicht... Ja, sowieso. Wow. Wow. Fuck the shit. Zerstören die Straßensperre, oder? Okay, 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 okay. Bam, bam. So, okay. Alles klar. Wie viel Leben hat denn der noch? Äh, ich weiß nicht, wie viel der Helikopter hat, aber ich denk immer nicht an so viel. Achso. Ich dachte, du siehst das vielleicht. Flieg einfach mal hier so mit unter der Brücke, ey, ja. Ah. Hilfe, Helikopter, noch nicht sterben, Mami. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Wow. Okay, jetzt schlacht mit dem Gebackel ja doch irgendwo. Ups. Oh, ich vergesse mal davon, wenn man die Kamera dreht, die sich mitdreht. Oh, wo müssen wir eigentlich hin, hier? Okay, Straßensperre zu stellen. Kein Problem. Okay, ich habe irgendwo, um uns zu... Oh nein! Wir gehen runter! Wir gehen runter! Oh nein! Oh. Nein! Aussteigen, Jungs! Äh, hier sind nur Frauen. Äh, aussteigen, Mädels! Who walked away, right? Ja, das ist ja, der ist nicht so. Wir haben jetzt gesagt. Nee, ich habe ja so. Vielen Dank.